Da ist er wieder. Er druckt einen Small Screw Container Diamond Nerl Top. Habt ihr schon mal in irgendeinem Video gesehen. Warum drucke ich mir noch so eins? Ich hatte nämlich so eins schon in matt blau. Ich habe das in Portugal gelassen, weil ich dort so Kleinteile drin habe. Und da wird jetzt einfach Neues gedruckt. Super! Kurzer Zwischenstand. So sieht das aus. Die Struktur zusammen mit dem Prusherment Galaxy Black, mit diesem kleinen weißen Sternchen da drin. Geile Kombi. Fertig. Und nochmal von nahem. Ich finde das sieht geil aus. Like mal und follow nochmal, wenn du mich noch nicht kennst, weil es gibt geilen Content in den nächsten Wochen.